Warner Home Video präsentiert Die erste Miniserie auf Video V. Die außerirdischen Besucher kommen 8 Stunden Action, Abenteuer und Kriegsfilm 5 Folgen perfekte Videounterhaltung Demnächst in ihrer Videothek V. Die außerirdischen Besucher kommen Sie müssen ganz vorsichtig sein, Robert Sie ist eine besonders wertvolle Lady Früh ist leistet zehn Viel älter als alles, was wir vorher fanden An einem Tag, der die Welt verändert Verdunkeln ihre Raumschiffe den Himmel Denn ihr Ziel ist die Erde Und hier die neuesten Live-Bilder aus Frankreich Auch über Paris schwebt eines dieser gigantischen UFOs Was erzählt er da? Hier können Sie eins der UFOs sehen, wie es sich gerade Washington nähert Polizei und Armee versuchen eine geregelte Evakuierung der Hauptstadt und der anderen Städte, die zur Zeit bedroht sind, durchzuführen Großer Gott, was ist das? Nein! Es ist fantastisch! Sie kommen aus einer anderen Welt Sie haben eine weite Reise hinter sich Sie sehen aus wie Menschen Und sprechen unsere Sprache Sie sagen, sie kommen als Freunde Doch was wollen sie von uns? V Die außerirdischen Besucher kommen Ich möchte es noch einmal wiederholen Wir kommen in Frieden Alles scheint friedlich zu sein Doch nichts ist mehr, wie es war Geheimnisvolle Dinge geschehen Denn die Besucher sind da Verdammt seltsame Dinge passieren jetzt Sie sind doch alle überzeugt davon, dass die Verschwörung existiert Sie glauben, sie wären selbst daran beteiligt Die Beweise, die wir zurechtgelegt haben, bestärken Sie natürlich in Ihrem Glauben Die Operation funktioniert wirklich perfekt Überall in der Welt werden die Wissenschaftler geächtet und fertig gemacht Wir werden uns anstrengen und den Prozess noch verbessern Ich bin sicher, ihr werdet bestimmt erfolgreich sein Sie wüten ihr Geheimnis vor den Menschen Weil die Wahrheit tödlich ist Doch Mike Donovan entdeckt mehr als er darf Der Kampf um die Erde beginnt V Die außerirdischen Besucher kommen Wir sind bestimmt nicht allein im Kampf gegen die Unterdrücker Sie hat recht Nur eine Handvoll Rebellen Leistet den fremden Eindringlingen verzweifelten Widerstand Mike! Mein Gott, zu Tode erschreckt hast du mich Ich hab mir Sorgen gemacht um dich Ja, die hab ich mir auch gemacht Let's fahrt doch endlich! Wach auf, Julien, los! V für Victory Seht ihr's alle? Sie müssen ihn haufen Das versuch ich doch auch Mad Fähig? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meister dunkler Machenschaften, zweifelhafter Verbindungen und schlechter Beziehungen Das ist Chris Faber, meine rechte Hand Das Schlimmste habt ihr noch vor euch Viel Glück, Bruder, ich verschwinde Das Schlimmste Also ich denke, du tust sowieso nur, was du willst Ja, vielleicht Ja Ich will dich aber nicht drängen, oder Weißt du, ich... Weißt du auch mal, Stadt? Das hätte ich nicht erwartet Die außerirdischen Besucher kommen Und ihr Ziel ist die Erde Der neue Hit auf Video Miniserie Mehrteiler, die von der ersten bis zur letzten Minute faszinieren V ist die aufwendigste Miniserie, die je gedreht wurde 90 Darsteller 700 Special Effects Über 50 Millionen Mark Produktionskosten Acht Stunden Gesamtdauer 77 Millionen Zuschauer haben in den USA und Großbritannien Die außerirdischen Besucher gesehen In Deutschland ab 26. Juni Als Videopremiere in ihrer Videothek V Die außerirdischen Besucher kommen Kommander Kommen Sie sofort mit so vielen Leuten zum Schiff zurück Wie sie in drei Minuten zusammentrommeln können Verstanden, wir kommen zurück Wir haben die Rebellen jetzt überall eingetreist Die halten nicht lange durch Die letzte Schlacht beginnt Drei Zwei Die Maschine ist in Bereitschaft Versäumen Sie nicht den Besuch der Außerirdischen Videostart 26. Juni Auch Die außerirdischen Besucher kommen Die Maschine ist in Bereitschaft Versäumen Sie nicht den Besuch der Außerirdischen Die Maschine ist in Bereitschaft